Hallo ihr Lieben, wir sind Tomko und Jakob, selbstständige Fotografen und wir leben und arbeiten seit mehr als zwei Jahren in unserem selbst ausgebauten Peugeot Boxer L4 H3. Unsere Heimat ist das schöne Ostfriesland im Norden Niedersachsens an der Nordseeküste. Allerdings fühlen wir uns auf Reisen zu Hause. Deshalb haben wir schon viele Länder mit unserem Zuhause auf vier Rädern besucht, zum Beispiel Griechenland, wo wir an wundervollen Stränden stehen konnten. Mit dabei ist unsere vierjährige Labi-Hündin Ivy, die das Vanlife genauso liebt wie wir. Damit sie auf langen Reisen in die Wildnis nicht so alleine ist, haben wir seit kurzem eine Spielkameradin für sie, unsere zweite Labi-Hündin Alice. Seitdem wir im Van wohnen, ist unser Leben so viel farbenfroher und verrückter geworden. Vor allen Dingen lieben wir das Abenteuer und sind uns und unserem Van für nichts zu schade. Aktuell zieht es uns wieder nach Skandinavien. Auch wenn uns der Tiefschnee an unsere Grenzen bringt, lieben wir das Wintervanlife. Und vor allem die unberührte Wildnis des Hohen Nordens. Begleitet uns auf unserem Winterabenteuer bis zum Nordkap, dem nördlichsten Punkt Europas. So, nachdem ich die Drohne in den Baum geflogen habe. Was ich schon vor provoziert hatte, dass er nicht so tief hier durch dieses Geäst fliegen soll. Aber ihr wolltet ja nicht hören. Ja, es ist nicht so einfach bei der Fahrt Drohne zu fliegen. Hey, ich bin gefahren! Du musstest nur die Drohne fliegen! Ja, ich weiß was, es ist trotzdem nicht so einfach. Naja, wie auch immer. Schaut euch mal die Hunde an. Die sitzen jetzt beide auf dem Sitz. Was ist denn da passiert? Naja, wie stellt ihr euch das hier nun vor? Tja, Frauchen muss auf einer Arschbacke sitzen. Oder Frauchen kann unten Platz nehmen. Wie willst du mal hier unten sitzen bei uns? Okay, wir düsen jetzt weiter, Freunde. Naja, das machen wir jetzt. Ich hoffe, wir haben keine weiteren Crashes. So, kurze Präsentation. Pause zum Pinkeln der Hunde. Und ich mache jetzt einen kleinen Spaziergang mit den beiden. Während Tomke drinnen anfängt, ein Bananenbrot zu backen. Denn wir sind jetzt noch ungefähr so 20 Minuten von der norwegischen Grenze entfernt. Und wir haben gedacht, unsere Chancen sind größer. Umso später wir dort ankommen, dass keiner mehr da ist. Und keine Ahnung, ob das so aufgeht. Aber wir werden sehen. Und deswegen gehen wir jetzt spazieren. Und dann gibt es eventuell sogar ein Bananenbrot, wenn es klappt. Mega gut. Mega gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Absolut kalt, absolut krass Absolut geil, dass ich jetzt hier einfach mal eben kurz zwischen Parkplatz und Straße uns jetzt ein Bananenbrot machen konnte Voll gut, kommt jetzt kurz in den Ofen, Motor läuft ja sowieso noch, also daher passt das auch mit dem Strom Dann machen wir ein kurzes Päuschen und dann fahren wir glaube ich Richtung norwegische Grenze Mega! Ich bin gespannt, dass wir rüberkommen Jetzt müssen wir noch einmal einen Blick auf den Bananenkuchen werfen Hammer! Ich bin gespannt, wie er später aussieht. Beste Grüße an Sophie und Ronny, denn mit denen haben wir damals, oh Gott das ist schon zwei Jahre, ja 2021 in Griechenland immer oft Bananenbrot gegessen würde ich sagen Und auch danach noch in Schweden bei unserer gemeinsamen Tour Und ich habe es jetzt auch genauso gemacht, wie sie mir das Rezept gegeben hat Und es kommt jetzt in den Ofen und wir freuen uns dann auf ein leckeres Bananenbrot Leider ohne Sophie und Ronny, aber ich hoffe wir sehen uns irgendwann bald vielleicht mal wieder Ja, würde uns freuen Und wir haben den Luxus, dass wir den Omnia-Ofen in den Ofen stecken Ja, das ist ja auch so eine Sache Man könnte den Omnia-Ofen sonst auch mit Gas machen Ja, der ist eigentlich dafür gedacht, dass man den auch auf Gas verwenden kann Wir benutzen ihn als Backfuhl Wir benutzen ihn als Backfuhl Topf Korini ist fertig Mega! Schaut euch das mal an Die Hunde geiern natürlich auch schon mega drauf Ihr wisst ja, sie lieben Bananen ohne Ende Aber sie hatten schon ein Stück, also reißt euch zusammen Ladies Ihr hattet schon ein kleines Stück, das war's reich Okay, dann probieren wir das gute Stück nochmal Jetzt Jetzt, wo die Schokolade noch geschmolzen ist Ja, schön warm So Freunde, jetzt zeigen wir euch mal unsere schöne Beleuchtung Also das ist unser normales Abblendlicht, was wir jetzt anhaben Dann haben wir so das Fernlicht Dann kommen jetzt unsere Zusatzscheinwerfer unten Und jetzt kommen unsere Zusatzscheinwerfer oben Ah ne, das war hinten Und oben Jetzt haben wir auf jeden Fall viel Licht, würde ich sagen Ja, man sieht wirklich alles Ja Mega! Mega! Wir fahren einfach ganz selten bis durch Auch durch die Straße Ja klar, durch die Strasse Ja, ich meine auch durch die Ampel, zur Not Äh, durch die Schranke Auch Durch die Schranke Wie viel darf man jetzt hier fahren, kann ich leider nicht lesen 30 Meter Vielleicht 30 Meter Vielleicht 30 Meter 20 Meter Ja, es ist ja alles Ja, cool, wir haben nichts zu verzeihen Wir fahren jetzt hier links oder rechts Oder rechts Du kannst beides Du kannst beides Von drinnen Das ist ja alles Wir fahren jetzt hier hin Und dann haben wir jetzt mal die Schranke Gleich so Tag 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 Jawoll Ich feiere mir es da Ich feiere mir es da Ich feiere mir es da Wir haben es geschafft, Freunde Wuhh Wuhh Darauf erst mal unsere Scheinwerfer einsteigen Ja, geil Wir sind drüben, Bitches Wuhh einen wunderschönen guten morgen freunde es schneit ganz ein bisschen und wir hatten mal wieder eine sehr gute nacht es war schön warm inzwischen sind die temperaturen auch schon wieder deutlich gestiegen sozusagen also wir hatten jetzt höchstens noch minus 12 15 grad und wir starten den tag heute mal ganz anders auf jeden fall ein bisschen lustig würde ich sagen denn ich habe hier meine viel zu kleine kinder po rutsche also die ist bestimmt zehn nummern zu klein aber ich habe mir überlegt ich werde jetzt mal da auf den auf den hügel klettern mit den hunden und dann werde ich die ausprobieren ob die funktioniert und ihr dürft quasi dabei sein allerdings auf meinem kopf genau das probieren wir jetzt gleich mal aus so freunde dann wollen wir mal erstmal handschuhe anziehen ganz wichtig und los geht's gucken wir mal wie hoch der schnee hier ist doch schon ein bisschen höher aber wir werden das schaffen da kommt ihr mäuse aber ich glaube die schnee höhe ist ganz gut für die arschrutsche wie kam los kam ich rutsche ich so schon kam Komm, Ivy, los! Zu viele Steine hier, na das kann ja was werden. Das könnte eine wilde Abfahrt werden, Freunde. Jawohl, wir sind oben, Freunde. Und fast schon wieder unten. Schöne Aussicht auf jeden Fall. Gucken wir mal, ob wir unseren Arsch da raufkriegen. Okay, let's go, Baby. Jawohl. Da war ein Stein. Au! Es ist steinig und schwer, würde ich sagen. Ich glaube, wir suchen uns noch einen anderen Hügel. Vielleicht ist es auf der anderen Seite ein bisschen besser. Okay, jetzt auf. Komm schon, Baby. Der Schiff ist zu tief. Ich sack einfach nur einen Meter ein. Aber es ist gemütlich. Na, Stinker? Na? Ganz schön tief der Schnee, hä? Puh! Jetzt muss ich mich ranhalten. Die Hunde sind auf der anderen Seite. Falls da jetzt ein Auto kommt. Na, komm schon. Los, Junge. Du schaffst das. Komm. Ja, komm. Los. Jawohl. Ja. Wuhu. Immerhin zwei Meter gerutscht. Und komm schon, noch ein bisschen. Nee, das wird nichts mehr. Ah. Gerade noch schön am Ruhe. Das ist ein bisschen zu grodeln gewesen. Mega erfolgreich. Kommt man hier rein. Piept. Piept. Und was ist es? Unser Wassermelder. Das Wasser ausläuft. Aber voll gut, dass der sich gemeldet hat. Bedeutet ja schon mal, er funktioniert. Denn es ist wirklich Wasser irgendwo rausgelaufen. Ja, ist wunderbar. Sehr wahrscheinlich aus dem Wasserboiler ist, glaube ich, oben Wasser rausgelaufen. Weil wenn ich hier die Spur des Grauens nachverfolge, endet das hier bei dem Warmwasserschlauch. Ja, und ich habe gerade abgewascht mit Warmwasser. Das würde er das auf jeden Fall schon erklären. Ich glaube, die Schrauben haben sich einfach ein bisschen gelöst. Durch die ganzen Ruckelpisten hier ist das auch kein Wunder, ehrlich gesagt. Das hatten wir beim letzten Wasserboiler auch schon. Ja. Das Blöde ist, um die jetzt anzuziehen, muss ich die andere Verkleidung auch noch abmachen. Wollen wir vielleicht erst frühstücken? Ja. Ich muss ja jetzt erstmal... Ja doch, ich ziehe kaltes Wasser. Ich weiß nicht, ob das... Ja, du kannst ja mal gucken. Ich kann ja hier wischen dabei. Ja. Ja, spannend auf jeden Fall. Jetzt ist es nicht eingefroren. Jetzt läuft es raus. Jetzt läuft es wieder, aber halt an den falschen Stellen. Ohne Scheiß, Freunde, bei uns wird es nie langweilig. Ich weiß schon genau, wie der Blog heißen wird. Irgendwas mit... Es läuft aus allen Öffnungen. Nichts geht mehr. Nichts geht mehr, oder so. Nichts geht mehr. Wie aus der einen Erzählung. Ja. Mamma mia. Nichts geht mehr. Oder irgendwie sowas. Mios dios. Mios dios. Nichts geht mehr. Mios dios. Mios dios, ja. Grüße gehen raus an Emil. Grüße gehen raus. Liebe Grüße. Ciao. Wir haben jetzt lecker gefrühstückt. Ich werde jetzt gleich die Küche wieder zuschrauben, sofern beim Abspülen alles trocken bleibt unten drunter. Und dann werden wir weiterfahren Richtung Norden, wie immer, und uns heute mal einen schönen Stellplatz suchen. Ich hoffe, wir sind dran. Ja, denn es wird mal wieder Zeit für was Schönes und es wird auf jeden Fall Zeit, dass wir endlich mal unser nächstes Lagerfeuer machen, denn wir fahren jetzt seit, ich glaube schon fast seit zwei Wochen, irgendwie so ein 10 Kilo Sack Holz rum. Ja, es ist ja nicht so, als ob wir nicht schon genug beladen werden. Unsere Vorräte werden schon weniger, ja, aber es ist trotzdem unnötig rumzufahren. Und außerdem wollen wir jetzt endlich mal das Feuer machen, denn wir haben auch hier Folienkartoffeln und Bratwürste und ja, wir haben Bock. Also drückt uns die Daumen, dass wir einen geilen Platz finden. Wir sind wieder on the road again und sind auf dem Weg Richtung Alta. Das ist hier eine Stadt im hohen Norden und ja, die Stadt interessiert uns jetzt nicht sonderlich. Alta, ganz schön viele auf jeden Fall werden wir da in der Nähe versuchen, einen Stellplatz zu finden. Yes, because it's not so easy to find a place where we can stay. Ja, und übrigens hat uns gerade, glaube ich, der Typ, von dem ich euch den Schneeflug gezeigt hat, hab, Kamerawatch, geschrieben, bei Instagram und hat uns noch einen Tipp gegeben, wo wir Rentiere sehen. Wenn er das mal. Er hat auf jeden Fall geschrieben, by the way, I'm the guy in the truck. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind jetzt auf der Suche nach einem Stellplatz, der nicht direkt an der Straße liegt und wir entspannt mit den Runden spazieren gehen können, die schon ganz brav hier seit Stunden rumliegen und hoffen wir jetzt gleich an einem anzukommen Hier überall ist momentan schon wieder sehr viel Zivilisation aber so sind wir das aus Norwegen eigentlich auch schon gewöhnt dass es da wo die Straßen sind, meistens auch Zivilisation ist Das sieht man, da hat der Leuchtenlicht am Ende des Horizontes Das macht die Stellplatzsuche immer ein bisschen schwierig Wenn wir Glück haben, haben wir in 200 Metern Stellplatz oder auch nicht einzuweiten Wir werden es jetzt gleich sehen, aber ich glaube, da ist es zumindest ein bisschen freigeräumt Ja, ist noch gut Ja, besser als nichts Und der Ausblick ist da auch nice Ja, wir müssen nur drehen, damit wir den Ausblick aufholen Freunde, willkommen am neuen Stellplatz Es ist zwar schon ziemlich dunkel, ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen was erkennen Kinder, so geht es aber nicht, hier einfach in Pärchen reinrutschen Naja, die Straßen sind, wie ihr seht, sehr glatt Aber wir haben diesen traumhaften Ausblick auf die Stadt Einfach richtig schön Ja, Freunde Frau Brüßdorf hat es auch mal wieder unter die Dusche geschafft Und wie war es? Very nice Abgesehen von dem Rasiererunglück Mir ist einfach meine Rasierklinge aus der Verankerung gerissen Während ich mich rasiert habe Nicht so gut Immer sonntags ist Duschtag Nein, man muss Nein, ja, wobei doch Eigentlich kann man das ruhig machen Also Duschtag im Sinne von richtig unter die Dusche, ne? Genau Nein, nimmt das nicht so ernst, was wir sagen Aber Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit unserer Dusche Wunderbar Und ich würde niemals ein Van ausbauen ohne Dusche Niemals in meinem gesamten Leben Und ich bin sehr zufrieden, dass der Wassermelder noch nicht wieder angegangen ist Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar Ich bin sehr dankbar Ich bin sehr dankbar Untertitelung des ZDF, 2020 Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ihr fragt euch, ist schon wieder Weihnachten oder warum haben die Feuerquells was Neues an? Doch, mich habt ihr ja, äh, Tom habt ihr ja noch gar nicht gesehen, aber wir haben uns heute schick gemacht. Einmal die Woche gibt es neue Klamotten. Einmal die Woche gibt es neue Klamotten. Schaut mal hier. Wir haben jetzt beide unsere Norweger Pullover an. Ja, gefunden im Shop von unseren Freunden. Die haben nämlich einen Vintage-Shop. Genau. Ja, mal. Vintage-Shop. Shop bei mir und Chris, glaube ich, oder so. Genau. Wie auch immer. Richtig cool. Richtig cool. Wir werden jetzt gleich schön lecker Brötchen-Frühstück machen. Und man muss dazu sagen, das sind wirklich echte Norweger Pullover. Da steht hinten auch überall drin, Norwegian, irgendwas cool. Genau. Das stimmt. Aber wir sind quasi second hand. Ja. Aber, ja, die sind natürlich sehr nachhaltig und sehr schön. Und für unsere Reise jetzt perfekt. Perfekt. So, wir machen jetzt Brötchen-Frühstück und dann düsen wir weiter. Ja? Was ja? Ist doch jetzt gesperrt. Hast du noch gesagt? Ja, stimmt. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe gerade mal, ich wollte gerade mal die Route starten zum Nordkap. Ich mache das nochmal hier nebenbei. Und, ja, da sagt mir mein Handy einfach, ich drücke hier auf Route, keine Route verfügbar. Denn, ein großer Teil der Strecke ist momentan gesperrt. Aber es sind noch ein paar Stunden bis dahin, wir können trotzdem nochmal in die Richtung fahren erstmal. Also von daher. Aber es bleibt spannend. Es bleibt spannend, ob es alles so klappt, wie wir es uns vorstellen. Ja, genau. Also, jetzt wird gefrühstückt. Ich mache uns jetzt erstmal einen leckeren Tee, wie immer ihr kennt es ja. Und damit wir nicht unnötig viel Wasser jetzt heiß machen und verkochen, messe ich das immer direkt ab in unseren schönen Bechern. Übrigens, falls ihr noch einen haben wollt, es sind nicht mehr viele da, Limited Edition. Aber, falls ihr schnell seid, könnt ihr vielleicht noch einen ergattern. Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall nutze ich dann einfach die Becher. Weil ich ja weiß, zwei Becher Tee. Dann wird der mal eben schnell angeschmissen. Unser Gasherd, der ist auch schon was älter, aber läuft noch, läuft noch, läuft noch. Dann kommt der Dickeldrupf. Da habe ich mal noch ein bisschen Hundehaare dran, aber geht es gerade nicht. Und dann mache ich uns jetzt hier einen leckeren Tee. Und was machen wir danach? Die letzten deutschen Brötchen. Wir hatten drei Packungen dabei, das ist jetzt die letzte. Die gönnen wir uns jetzt, weil wir haben ja einen nice Ofen an Bord. Und auf lecker Brötchen brauche ich immer meine Lieblingssalami. Und da wir ja auch ein Gefrierfach an Bord haben, haben wir uns aus Deutschland ein bisschen vegane Salami am Vorrat mitgenommen. Sehr gut. Und das taue ich jetzt kurz auf, vor der Standheizung. Mega praktisch. Und dann kommen die Brötchen auch schon in den Ofen. Die dampfen schön richtig. Frühstück ist fertig, Brötchen sind fertig und das lassen wir uns jetzt schmecken. Guten. Guten Appetit. Freunde, es ist jetzt Zeit weiterzuziehen und wir schauen mal, wie weit wir heute kommen. Also ein Stündchen wollen wir auf jeden Fall schaffen und dann hoffentlich einen schönen Stellplatz finden, wo wir dann endlich mal wieder Feuer machen können. Ja, ich habe es glaube ich erst hundertmal gesagt, aber mal schauen, vielleicht geht es ja irgendwann noch in Erfüllung. Und wir hoffen, die Straßen sind nicht gesperrt und ich hoffe, wir haben keine brenzlige Situationen, weil man muss ganz klar sagen, die Straßenverhältnisse hier in Schweden mit dem Schnee und Eis sind tatsächlich nochmal irgendwie eine Spur krasser als in Schweden. Vielleicht liegt es einfach an dem Gefälle, also an den Bergen, dass man hier das noch mehr spürt. Aber ich habe auch das Gefühl, der Schnee ist einfach nicht so griffig wie sonst. Naja, das haben wir gestern gar nicht erzählt, aber wir hatten gestern eine kurze kleine brenzlige Situation, nämlich sind wir so ein Berg hochgefahren und auf halbem Weg oder fast oben haben wir den Grip verloren und die Reifen haben durchgedreht. Und das war auch noch in der Kurve nach oben. Wir waren Gott sei Dank nicht so schnell, aber da haben wir auf einmal den Grip verloren und sind dann halt nicht mehr die Kurve gefahren, sondern gerade ausgerutscht ein Stück. Und das war auf jeden Fall schon mal ein kleiner Schreckmoment. Besonders auch für Tomke. Es war jetzt noch nicht so brenzlig, weil es halt wie gesagt bergauf ging und mit ein bisschen Bremsen war dann auch wieder alles gut. Aber trotzdem ein unschönes Gefühl, wenn man so in eine Richtung rutscht, in die man gar nicht fahren wollte. Und das war jetzt noch nicht so brenzlig. Ja, Freunde, wir fahren jetzt hier so die ersten Pässe, sag ich jetzt mal. Richtung Nordkap. Richtung Nordkap. 200 Kilometer sind wir ungefähr noch entfernt. Genau. Ja, die Straßenverhältnisse sind wie vorhin schon angekündigt so mittelmäßig. Also es ist so immer so zwischen, ah, ziehst du jetzt vielleicht doch die Schneeketten an oder probieren wir es noch? Ich meine, schaut es euch an, ne? Das Fiese ist, hier sind halt teilweise ziemlich starke Fahrräden. Ja, so ähnlich wie auf dem Damm neulich. Und wenn du da erstmal drin bist, dann, ja, oder dann außerdem rausfährst, dann rutscht du so blöd hin und her. Unangenehm. Aber jetzt geht es erstmal geradeaus, das ist schon mal beruhigend. Wir hoffen, es geht nicht noch zu steil hoch und runter. Aber wir werden sehen. Wir sind hier halt schon mitten in den Bergen. Ja. Ja, das kann man gerne sagen. Das stimmt. Also Freunde, wir füllen gerade das Wasser auf. Und ja, wir haben gelesen, dass es hier hinter der Tankstelle sein soll. Aber wir haben gar nicht nach einem Schild geguckt, sondern halt nach einem normalen Schlauchanschluss. Der war aber versteckt hinter dem Holzkasten hier. Und da haben wir das gar nicht gesehen. Naja, jetzt läuft es auf jeden Fall. Und es ist mal wieder gut, dass wir den Wasserdieb dabei haben. Denn ohne den hätte der Schlauch mal wieder nicht gepasst. Ich sag mal so, es läuft, wenn auch nicht ganz dicht. Aber ich glaube, das liegt nicht an uns, sondern es ist immer so. So, wir haben wieder Wasser aufgefüllt. Gott sei Dank. Wie gesagt, das war gar nicht so leicht zu finden, weil wir halt nach so einem Standard-Schlauchanschluss gesucht haben. Und nicht nach einem fetten Schild Van-Watten. Aber ich habe dann in der Tanke nochmal gefragt, ob man es irgendwo auffüllen kann. Und genau, dann haben wir es gefunden. Und ich habe gerade noch... Alice, entspannt, ich das nur eine Tüte. Ich habe mich dann noch kurz unterhalten mit einem netten Typ von der Tankstelle, der gerade Raucherpause gemacht hat. Und der hat mir nicht nur eine gute Seite gezeigt, wo wir schön gucken können, was auf der Route los ist. Und warum was gesperrt ist und Wettercamps und solche Sachen. Sondern hat auch erzählt, warum die Strecke da gerade gesperrt ist, weil die da gerade wohl einen großen Truck bergen. Und sobald die den dann geborgen haben, wird wahrscheinlich dann am nächsten Tag oder so wieder die Strecke freigegeben. Klingt so, als würde das noch ein, zwei Tage dauern können. Aber wir wollen jetzt ja sowieso erstmal noch hier irgendwo in der Nähe bleiben. Genau. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und jetzt hoffen wir einfach, dass heute Nacht nicht ein heftiger Schneesturm kommt Und wir hier komplett einschneiden Man muss aber sagen, hier fährt ständig den Schneetuch lang Ja, aber ob der hier auch durchfährt, das ist die Frage Aber wir könnten Hilfe holen Ja, genau, das auf jeden Fall Und ansonsten müssen wir halt sehr lange buddeln Die Hunde toben auf jeden Fall schon im Schnee Weil der Schnee ist jetzt schon ein bisschen pappiger Weil es halt 0 Grad sind Aber man muss sagen, es ist schon eine gnadenlose Landschaft hier Also eine Region oder wie sagt man Und auch gut windig Also der Wind ist arschkalt Obwohl es gar nicht so kalt ist an sich Hast du die Hunde im Blick? Ja, ich sehe die Hunde Ja, wir kommen jetzt erstmal an Das wäre hier vielleicht sogar ein Platz, wo man Feuer machen könnte Ja, wenn es nicht so krass windig wäre Und uns das Ganze wahrscheinlich um die Ohren fliegt Da fliegt uns die Scheiße direkt wieder um die Ohren Mal schauen Also, bis später Ja, Freunde, es schneit nur ganz leicht Es könnte durchaus sein, dass wir in unserem Parkplatz richtig fett einschneiden Weil hier gibt es so schnell so krasse Schneewehen Ich störe Und ich musste ja gerade schon welche wegschaufeln Dabei hat es noch gar nicht richtig geschneit Das kann auf jeden Fall lustig werden Zur Not haben wir hier diese Klohütte zum Schutz suchen Ach nee, die ist abgesperrt Oder? Übrigens habe ich meine geilen Anschuhe an Die leuchten nicht ohne Grund Die sind nämlich bewärmt Ja Noch heiß Nicht schlecht Haben wir im YouTube-Video verlinkt in der Beschreibung Juhu Ich weiß noch, wie dieser Grund heißt es hier Wir fallen im Schneesturm Und haben sie aufpacken Schaut euch mal Frau Pröster an Die ist schon eingeeist hier Die hat schon Eisscheune auf dem Rücken Ja, ich muss sagen Ich hatte gerade hier, glaube ich, einen Nassen Vielleicht ist es auch hier rein Aber irgendwie war es da gerade ein bisschen nass Vielleicht liegt es auch daran, dass es so reingeht Ja, wir drehen jetzt gleich wieder um Ich mache mal eben die Eisscheune von deinem Rücken, ja? Okay, und umdrehen Ja, wir gehen jetzt einfach rückwärts zurück, Freunde So, Freunde, wir essen jetzt zu Abend Ja, es ging schon wieder mit so Freunde los Ich weiß, ist mir jetzt auch scheißegal Denn ich will jetzt essen Genau, wir werden jetzt essen Und es hat zwischendrin angefangen zu regnen Jetzt ist es gerade wieder still Und wir hoffen sehr, dass sich die Wolken verziehen Denn dann könnten in den nächsten Tagen Und auch heute Nacht Einige Polarlichter zu sehen sein Also drückt uns ganz fest die Daumen Weil diesmal sind die Chancen und die Stärke sehr stark Also ab morgen wird es richtig krass Ich muss essen, es wird kalt Ja, drückt die Daumen Wir essen jetzt und gute Nacht bis morgen Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde Ja, was soll ich sagen Wir haben hier irgendwie aufs frisisches Regenwetter Und dazwischen ist aus dem ganzen schönen Schnee So eine richtig schöne matschige Eisschneepampe geworden Ich bin tatsächlich gespannt, wie es sich fahren lässt Ob das jetzt eher positiv oder negativ ist Während wir sehen, Alice rutscht auch schon aus Also hier ist schon mal auf jeden Fall scheiße glatt Aber ja, wir werden sehen Ich bin gespannt, wie es auf der Straße ist Ob es da jetzt besser ist oder schlechter dadurch Naja Wir lassen uns mal überraschen Ja, dann hoffen wir mal Dass wir heute ein kleines Stückchen weiterkommen Und vielleicht, dass die gesprerte Straße Wo gestern der Truck noch geborgen wurde Vielleicht schon wieder freigegeben ist Und ja, ich bin echt gespannt, wie es sich jetzt fahren lässt Auf den Straßen Die LKWs rasen hier weiterhin wie bekloppt Aber ich denke mal Das heißt nichts Aber wir finden wieder einen schönen Platz Und ja, dass wir überhaupt bis zum Nordkap kommen Weil gestern war es gesperrt Heute habe ich noch nicht geguckt Auch wenn das Nordkap an sich Uns jetzt nur Also es reizt uns jetzt nicht Als Ort an sich Weil so besonders ist der Ort nicht Also nicht so besonders schön Dass man da unbedingt hin muss Sondern eher, weil es cool ist Schon mal da gewesen zu sein Oder vielleicht ein cooler Ausgangspunkt ist Für eine Reise Wir freuen uns natürlich noch viel mehr Wenn wir endlich dann Weiterfahren zu den Lofoten Also keine Sorge Ab jetzt wird es nicht langweilig Sondern es wird nur noch schöner Also es wird nur noch geiler Ja, soviel erstmal dazu Drückt uns die Daumen Dass wir es trotzdem bis zum Nordkap schaffen Ja, so sieht das Ganze heute aus Gestern war es mir noch ein bisschen lieber Mit dem Tiefschnee So Freunde Ich glaube jetzt gerade hier zur Straße Um mal zu checken Wie es aktuell aussieht Aber Sieht Es ist gar nicht so schlimm aus Also hier ist sogar ein bisschen Sand Also ein bisschen Kies gestreut Also ich würde sagen Wenn es so bleibt Ist es vorsichtig fahrbar Falls wir hier hochkommen Also mit Schneeketten kommen wir auf jeden Fall hoch Aber ohne könnte es eng werden Ja, mal gucken Das ist echt so rutschig Als gedacht Oder Ja Leichter als gesagt Voll gut Und ja Wir fahren jetzt weiter Spontan Eigentlich waren wir noch Am überlegen Ob wir da bleiben Aber Wir fahren jetzt noch ein bisschen näher Zum Nordkap Weil wenn das dann morgen Eventuell geöffnet wird Dann sind wir auch schon In der Nähe Und nicht Erst noch drei Stunden hinfahren müssen Und bis dahin ist vielleicht schon wieder geschlossen Oder so Ja Und uns haben gerade witzigerweise Noch zwei Deutsche Über Instagram geschrieben Genau Die auch gerade auf dem Weg dorthin sind Genau Der Mann kennt uns wohl von YouTube Witzig Dabei sind wir da ja noch gar nicht so groß Finde ich total cool Ja, mega Und sie sind jetzt an uns vorbeigefahren Und sind glaube ich nur jetzt 24 Minuten von uns entfernt Ja Wir fahren da jetzt auch einfach mal hin Wo die sind Und Gucken mal ob wir unterwegs noch was einkaufen können Ja Ein paar Vorräte Und ja Wir fahren natürlich ganz langsam Ist ja klar Die Sonne geht auch schon bald wieder unter Ja Es wird schon bald wieder dunkel Und wir fahren Mitten ins Dunkle Dunkle Ja Naja Es drückt uns die Daumen Dass wir heiler ankommen Wo auch immer wir ankommen Und Ja Dass nichts passiert Ja Er kommt mir wieder was sagen Aber Er soll nicht in die Kamera gucken Während er fährt Was willst du denn sagen Schatz Ich will sagen Dass Ja Der Sturm Hat uns inzwischen erreicht Hier an der Küste Wow Wow Das hätte ich auch sagen können Ja Hast aber Ja Ich wusste ja nicht was du sagen willst Okay Ich kann es ja mal kurz zusammenfassen Also Wir stehen im Kontakt mit Den zwei Deutschen Die wir ja quasi jetzt virtuell kennengelernt haben Und die sind ein Stückchen vor uns Das ist ein Stückchen mehr Die Straße ist glatt Und ja Auf jeden Fall Wir sollen uns vorbereiten auf Sturm Das Wetter ist mies Aber magisch Magisch Aber mies Ich meine Lkw ist mal eben umgekippt Vom Sturm So Die sind leichter als ein Lkw Haben aber auch Ein bisschen Angriffsfläche Naja Es bleibt spannend Es ist wie immer Abenteuerlich Und Nicht langweilig Ich hoffe Wir werden nicht umgekippt Vom Sturm Und wir finden Ein einigermaßen Ruhiges Plätzchen Hier hätte man nicht Die Böen Über dem Wind Ja 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 Krass Freunde Krass 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 Was hier gerade wieder abgeht Ein Abenteuerjagd Das nächste Es ist jetzt durch die Scheibe gefilmt Aber nur mal Um euch zu zeigen Wir fahren eigentlich Direkt mitten in den Sturm rein Da hinten Kann man nicht anders sagen Da peitscht der Wind Das Wasser hoch Auf dem Meer Das ist krank Und auch an der rauen See Erkennt man glaube ich gut Wie stürmisch es ist Das ist einfach heftig Und wir fahren mitten rein Geil Oh Mann Tapp in den Sturm Hell yeah What a ride Wie hieß er denn noch? Wir könnten bestehen Nee auf keinen Fall Auf keinen Fall hier hinstellen Da fliegen wir ja weg Wie Eine Feder Oh Freunde Das ist jetzt echt hier schon Next Level Oh Mann Da wird Mutti zu Hause Wieder die Krise kriegen Ja Zum Glück sieht sie das Video Erst wenn wir wieder raus sind Ja Aber die Storys Gehen heute noch online Und die sieht sie ja Ganz brandaktuell Liebe Grüße Jetzt kommt hier ein ziemlich windiges Stück Hier wurde auch gerade vor schweren Winden Gewarnt Und es ist echt höchste Konzentration Wirklich Props an meinen Mann Dass der uns hier so gut durchfährt Und ich wäre schon längst umgedreht Und man hätte den Heulkramm bekommen Ja aber du bist schon Du bist ein toller Typ Merkt ihr da? Nee könnt ihr nicht merken Wir sitzen da nicht mehr drin Aber Oh Freunde Was haben wir uns hier angetan? Man weiß es nicht Ja Das ist aber super Das ist wirklich Das ist ein Abenteuer Freunde Da ist der Lkw Alter Den hat es ja mal richtig hier umgehauen Hilfe ich habe Angst Kurze Pause an der roten Ampel Es windet und wackelt Und der ganze Van wackelt Alter sieht man das? Minimal vielleicht nur so Es ist doch rot Der Typ Ist einfach Huddlterloi geholt Na ja Wir werden jetzt hier vorsichtig weiterfahren Aber So langsam habe ich einfach mehr als Schiss Also ich weiß gar nicht was die sagen Das ist ja auch eine Baustelle Oh ne So ein Tunnel wäre jetzt eigentlich ganz nett gewesen Also wenigstens kein Sturm drin Ah Da kommt er Oh da ist rot Jetzt so Oh 4 Meter 3 Meter irgendwas Hau zum Glück 4 Meter ziehen Wo ist die andere? Der ist aber durchgefahren Ah Jetzt leuchtet es nicht mehr rot Wo sind wir hier denn gelandet? O.M.T. Alter. Oh nice. Oh mein Gott. Raus aus dem Tunnel fahren wir jetzt an so einer Felswand vorbei, hier sind wir einigermaßen vom Wind geschützt, aber ich denke nicht mehr lange, dann geht das große Wackel und Geruckel wieder los. Ich hoffe einfach diesmal bleiben unsere Solarpanels hängen, also dran, weil in Norwegen hatten wir das letzte Mal unseren richtig heftigen Sturm auf der Insel Vega und da ist uns ein Solarpanel fast abgeflogen. Ja, zwei Schrauben hatten sich gelöst und es klapperte die ganze Nacht, wie so etwas klapperte denn da. Es hat nicht geklappert, es hat so richtig losgemacht. Ja okay, ich wollte es jetzt einfach beschreiben. Und das war krass. So, jetzt kommen wir hier wieder zu so einer spannenden Kurve. Hier wird auch wieder gewarnt vor schwere Windböen. Ach, du kommst übrigens 9,50 Kilometer, die nächsten 10 Kilometer. Top. Was ist das mit? Was ist das? Ich glaube ich eine steile Kurve. Ey Freunde, hier muss man echt, also im Winter ist das wirklich eine krasse Nummer. Ich glaube im Sommer ist es bestimmt auch schon echt crazy. Zumindest wenn du keine Spikes hast, ne? Ja im Winter jetzt. Im Sommer ist es glaube ich dagegen schon ein bisschen besser vielleicht. Kann ich natürlich jetzt nicht sagen, weil Sommer waren wir noch nicht hier. Aber ja, im Winter ist es hier echt nicht ohne. Das ist Norway, Freunde. Ey, diese LKWs, ne? Ohne Scheiß. Das ist im vollsten Respekt, dass die hier fahren. Crazy. So, wir werden jetzt gerade hier angehalten. Nein, alles gut, alles gut. Okay. Thank you. Nicht hier so bellen. Okay. Ah, sorry. Also, ähm. Uns wurde jetzt gesagt, wir müssen umdrehen. Weil die Straße gesperrt ist. Die Straße ist gesperrt. Ja, top. Wohin sollen wir umdrehen, ist die Frage. Ja, nice. Gut, Freunde. Wir überlegen mal kurz. Und sprechen uns dann gleich wieder. Ja. Da ist Fini. Da ist Ende Gelände. Dann haben wir überlegen jetzt, was wir machen. Das ist auf jeden Fall echt verdammt stürmisch. Ihr hört mich wahrscheinlich gar nicht. Ja, wir hatten uns jetzt gerade so einen abenteuerlichen Stellplatz an so einem Geröllfeld am Hang gesucht. Und dachten, wir können da vielleicht jetzt die Nacht einfach abwarten, bis wieder alles frei ist. Aber... Pustekuchen. Pustekuchen. Die Leute, die uns auch gesagt haben, dass wir umdrehen müssen, sind nochmal wiedergekommen und haben uns darauf hingewiesen, dass wir wirklich auch richtig zurückfahren müssen. Und ja, weil es hier wahrscheinlich einfach nicht sicher genug ist. Zu gefährlich hier. Und wir haben gerade schon auf der Karte gesehen, dass die Straßen hinter uns und vor uns auch alle schon gesperrt sind. Ja, alle sind gesperrt. Mal schauen, wie weit wir jetzt zurückfahren können und müssen. Ja. Top Sache. Wir sind übrigens gerade wieder im Tunnel. Super. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, das Tor des Tunnels ist schon zu. Das bedeutet, es kommt auch keiner mehr nach. Die machen das jetzt auch für uns. Da wird auch wirklich keiner mehr reinfahren. Ja, das ist hier echt so krass. Wirklich. Aber da wisst ihr schon mal, was das hier bedeutet, dieses Wetter. Ja, also da ist echt nicht mehr zu spaßen. Ich hoffe. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht nochmal wieder da ganz lang, wo der Lkw rumgeweht wurde. Ja. Aber das ist hier echt eine miese Nummer. Aber es erwartet uns hier wohl ein heftiger Schneeschwurm. Und ja, die sperren das ja nicht ohne Grund. Also das ist ja auch gut, dass die das machen und darauf achten, dass hier keiner in Gefahr ist. Ja, aber für uns natürlich erst ein bisschen blöd. Wieder umdrehen und dann vielleicht einen neuen Versuch wagen. Vielleicht kann man hier stehen. Ach, hier ist sogar eine Tankstelle. Geil. Ja. Brauchen wir wahrscheinlich auch. Da wäre schön windgeschützt. Da wäre schön windgeschützt. Aber ne, die wollen wahrscheinlich, dass wir noch weiterfahren. Wir sind uns jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht sicher, wie weit wir jetzt zurückfahren müssen. Das haben die nämlich irgendwie nicht gesagt. Ne. Wir hatten jetzt schon ein, zwei Möglichkeiten gefunden, wo wir, oder gesehen, wo wir uns hätten auf jeden Fall Windgeschütze hinstellen können. Aber ne, scheinbar müssen wir wohl noch weiterfahren. Ja. Da hinten blinkt es auch wieder. Ja, okay, deswegen. Ach so, die müssen uns alle Schranken aufmachen. Alter, was ist das hier? Ist das krass, ey. Das wäre auch ein guter Platz gewesen. Das wäre auch ein guter Platz gewesen. Ja, aber ihr seht schon, dass es hier jetzt echt keinen Spaß mehr ist. Das ist richtig ernst. Hier steht da Wacke. Schaut euch mal diesen Himmel an. Ihr könnt es nicht sehen, aber der ist rosa, grün, pink. Naja, wir haben jetzt überlegt uns da hinzustellen. Und ja, im Hintergrund kommt schon der Schneesturm. Ey, Freunde. Ich bin gespannt. Das ist halt eigentlich eine ganz gute Parklücke. Was für ein Bild, ey. So, Jakob probiert jetzt ganz langsam noch ein Stück nach hinten zu fahren. Und dann näher hier ranzufahren. Weil nur hier kannst du einsteigen. Also da auf diesem Glatteis fliegst du dir, rutschst du wie eine Irre. Also ich habe mich ja gerade schon zwei Mal langgelegt. So crazy, ey. Wir hoffen einfach, wir bleiben hier stehen und wir werden nicht weggeweht. Aber hier können wir wenigstens spazieren gehen. Wir sind jetzt hier zu. Wir sind hier drüben. Wenn du bist, dann in Nahrung auf. genau deswegen wurden hier auch die ganzen straßen jetzt gesperrt wir sind auch weiter gefahren also ich weiß nicht ja doch ihr habt ja gerade gesehen wie jakob eingeparkt hat da sind wir jetzt wieder weggefahren weil wir schon nicht so das beste gefühl hatten wir standen auf einer eisfläche und ja es war einfach nicht so es hat sich nicht richtig angefühlt ja jetzt müssen wir uns natürlich einen anderen platz suchen es wird hier glaube ich gleich richtig abgehen da kommt glaube ich ein auto ein fucking lkw kommt da auch noch der stellt sich jetzt da hin wahrscheinlich weil er kann ja auch nicht weiter fahren als wir wir stellen uns einfach daneben und dahinter auch freunde junge 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 was machen wir hier also ich bin ehrlich ich fühle das überhaupt nicht irgendwie jetzt noch mal morgen da hin zu fahren aber wir gucken jetzt mal jetzt wie die wie die nacht wird alter das sieht ja einfach so krank aus ja besuchen wir uns jetzt erst mal einen platz von jetzt auf gleich einfach weltuntergangsstimmung mit einem schnellsturm gefangen kein platz nix haben wir es ist einfach krank ok ich brauche mal wieder scheinwerfer ganz groß an ja zumindest haben wir unsere guten led scheinwerfer also unsere arbeitsscheinwerfer ja was soll ich sagen ganz miese nummer gerade einfach ganz mies mies ich wollte an dem schönen platz von neum und einfach stehen bleiben aber nee das wäre eher zu langweilig geworden deswegen mussten wir natürlich jetzt noch weiterfahren wir sehen halt einfach jetzt fahren wir halt einfach wieder zurück ja wir fahren halt gerade instant zurück da muss man halt sagen und man sieht halt nicht mehr viel ok ok freunde wir müssen uns jetzt hier irgendwas überlegen ich dachte gerade wir sterben wir mussten seitwärts gegen den wind fahren und der wird dann so gewackelt und da links geht es einfach direkt runter ins meer ich hab so Panik ich hab so Panik ich hab so Panik und scheiß wir sind halt wirklich gefangen und scheiß wir sind halt wirklich gefangen ich weiß kein was wir jetzt machen ich weiß kein was wir jetzt machen wir stehen hier jetzt und haben eigentlich kein Plan kein Plan kein Plan ich meine wie immer wir haben eigentlich nie einen Plan aber aber wir sollten jetzt trotzdem zu Plätzen suchen hier können wir nicht stehen wir müssen zwar ein bisschen geschützt haben wenn wir jetzt hier noch ein paar Ecken fahren also ich kann wirklich sagen gerade eben hatte ich Todesangst Todesangst wirklich ich hab eine kleine Panikattacke bekommen ich hab es immer noch ich hab echt also fuck my life Leute ihr glaubt nicht was das für ein Gefühl ist ihr könnt ja man muss halt dazu sagen dass die Straße halt auch super rutschig ist und wenn da halt so eine harte Windhöhe kommt das ist halt wir haben kein Glück dann mehr auf der Straße Oldafjord das ist der Ort seht ihr das? seht ihr das? könnt ihr es sehen? seht ihr das? jetzt sind wir weiter jetzt sind wir weiter ja ich erzähl ja schon weiter boah fuck aber hier kommt nämlich jetzt von vorne das ist schon mal beruhigend ja das ist hier gar nichts beruhigend ja das ist hier gar nichts beruhigend ja das ist hier gar nichts beruhigend Jakob Jakob wir haben uns jetzt dazu entschieden man sieht einfach nichts ähm zu unserem Stellplatz von Letza Nacht zurückzufahren insofern wir ankommen ähm ja es gab hier leichte Diskussion eine fette Ehekrise schön am 11. Jahrestag top haben wir noch gar nicht erwähnt glaube ich im GoPro Video heute ist der 7. Februar und ähm wir sind 11 Jahre zusammen sehr schön auf jeden Fall toller Ausflug ah guck mal da steht schon 1km das ist der Platz den wir uns wieder sneaken werden ja war ein unnötiger Ausflug aber egal hat man gehabt willkommen im Schneesturm Freunde und am alten Stellplatz geht aber ist erträglich ja du gehst rein geh rein ein wunderschönen guten Abend Freunde wir befinden uns wieder in unserem neuen alten Stellplatz denn ähm ja wir sind ja zurückgefahren es ging nichts mehr Mios Sios nichts ging mehr ja jetzt sind wir hier äh wieder schön an diesem Platz und äh müssen uns erstmal von diesem Höllenritt erholen ähm ja was soll man sagen äh das Wetter hier ist unberechenbar und ja von jetzt auf gleich kann sich das Wetter ändern das haben wir heute am eigenen Leib gespürt bekommen denn ja von jetzt auf gleich kam einfach dieser Schneesturm es wurden Straßen gesperrt wir waren mitten drin und Schloss ja hatten leider keine Möglichkeit mehr weiterzufahren und mussten halt umkehren und ja das war ganz schön krass bin ich echt ehrlich also ich hatte zwischendrin echt ziemliches ziemliches Muffensausen und dachte wirklich wir werden sterben ja Jakob war natürlich ganz cool der hatte natürlich keine Angst der Typ aber ich muss sagen das war schon echt krass und im Grunde musst du eigentlich zugeben war es auch nicht ohne es war nicht ohne auf keinen Fall ich war nur ruhig weil ich ja konzentriert am Fahren war aber es war schon gab schon ein paar heikle Situationen wo ich so richtig gemerkt habe der Wind schiebt uns so ein bisschen leicht von der Straße das habe ich natürlich nicht gesagt sonst wäre er ganz vorbei gewesen ach du Scheiße ach du Scheiße ja gut das ist gut dass er das nicht gesagt hat weil ich war ja sowieso schon mit meinen Nerven komplett am Ende ähm ja jetzt sind wir auf jeden Fall hier hier fühle ich mich tatsächlich sehr sehr wohl gestern schon als wir angekommen sind und auch jetzt noch und ich denke wir machen jetzt einen schönen Netflix Abend und lassen diesen verrückten Tag ausklicken und lassen nochmal die Hunde raus die jammern schon in diesem Sinne habt einen schönen Abend ihr Lieben und gute Nacht auf jeden Fall Untertitelung des ZDF, 2020